der hat alles zerstört halbwegs warum auch immer er auf mich wartet nachdem er sachen zerstört damit es mir schwerer wird herzukommen vielleicht erhofft er einfach dass ich hier runterfalle was vollkommen passieren kann so wie ich mich kenne was mache ich go 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 voll bumm bumm machen und so mega bumm bumm oh was bist du gut 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 schlecht schlecht was ist das für ein laser go 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 weg 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 von ihr weg von ihr weg von ihr das war gut von mir das war gut von mir gut gemacht die mir okay doch nicht gut gemacht dem entwicklung okay na gut na gut egal 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 es verläuft alles nach plan alles verläuft nach plan wir holen uns gleich dich hier bei der liebsten hätte ich genug geld hätte ich mir jetzt die gekauft um zu testen ob ich jeden fall von ihr spielen kann ich bezweifle es sehr weil ding und so hatte ich noch mal kurz ein auf den ja okay ich bin selbst sehr weil werte bezweifle ist sehr da nicht mein lebensbalken ist vielleicht wäre dabei gekommen es war doch ziemlich ist dann lustig könnte mein boss weit einfach vom gadget von händler aus besiegen das so dumm das so dumm okay okay erst mal voll ballern mit der schlechtesten waffe und dann halten wir uns die besseren waffen für später auf sobald ich sie brauche es ist wichtig dass die waffe so mit lenkt sonst wäre es ja schrecklich bei den nächsten teilen gibt es so schief laufen damit man besser gegner treffen kann überhaupt statt dass man sich im kreis dreht und so und ja rüber ja okay ich weiß nicht eine begrenzte zeit habe hier auf der plattform deswegen gehe ich mal lieber hierhin zurück kann ich sowieso nicht weil er ja alle platt deswegen wahrscheinlich macht das wenn wir weiter kommen damit wir nicht zurück zum gadget von händler können jedes mal wieder nachfüllen wahrscheinlich deswegen aber er sollte er überhaupt nicht bedenken dass wir überhaupt so weit kommen könnten so schwachsinnig warum sollte er das vollkommen ignorieren weiter auf den ballern 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 dumm von mir dumm von mir ja da hinten ist leben gebrochen wo ist das wo ist das wo ist das was ich ja da war blöd 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 wir sind alle da und halten einfach die minen auf nicht auf die gehen du schwach mat und nicht die waffe holen augenbraue kratzen man muss prioritäten setzen im leben die augenbraue ist halt höchste priorität ok gut 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 da hinten liegt munition sehe ich zumindest bitte nicht verschwinden munition ich brauch dich dringend hier liegt überall munition das aber nice danke drag dass man die ganze munition hierher schmeißt ich habe etwas angst dass die plattform gerade abbricht unter mir ohne dass ich es bemerke aber ich hoffe einfach mal dass es nicht der fall ist und dann passt ja alles dann hoffen ist ja key zu to every f3 sing krie if you like every team genau so funktioniert das ich liege if you create every team ok nächste plattform du siehst aus die ultimative plattform weil du nicht so kaputt aussiehst wie die anderen ok go wann hat er die zeit gehabt das ganze zu bauen hier war also das gebaut und gibt es ist also so weit wenn ich auf diesen zündschalter trete beginnt ein countdown und an dessen ende wird eure erbärmliche welt zerstört es muss ein anderer weg existieren ihrem volk eine heimat zu geben denkst du darum geht es wer glaubst du hat unsere welt verschmutzt ich es geht nur um eine einzige sache geld jede menge davon wisst ihr jeder quadratzentimeter der neuen welt wurde mir bezahlt wenn die bewohner hier einziehen werde ich diese welt auch verschmutzen dann fängt die ganze sache wieder von vorne an ähm äh brillant sie sie böser kleiner spaß dir klank wir müssen den timer stoppen führe einen powerschlag gegen diesen schalter aus um den countdown zu stoppen powerschläge werden durch springen und stoppen kkk wo ist er also er hat es einfach auf wenn ich das dann mache oder dann rennt er mir hinterher wicher hat aktiviert wieder glaube ich jetzt au 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 wie groß sind die klein da was was für eine aussage egal go 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 wir haben hier ne farflife wir haben hier ne farflife das schaffen wir das können wir schaffen die kleinen da lösen die zumindest klein oder er war abhauen auf die ok das war wirklich das was ich dachte ignorieren wir die logik gerade dahinter von dem was ich gerade gemacht hier runter er kommt so vor als würde mir minimal was fehlen hier an fucking kraft ich kann nicht zumindest eins sammeln go 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 wieso so viel von der selben munition gibt mir doch was neues wie innen kann ich auch eins sagen ich kann ja alles eins sagen was er rausspuckt die war fürs op in dem spiel also zumindest bei dem boss feind hier ok weg du hundessohn alter was machst du ok wieder schnell zurück was machst du also ziehen geh runter oh mami wie hätte ich das so wie hätte ich dem ausweichen sollen was das war minimal unfair war gut wir uns die ganze muni wieder aber das war gemein ich renne ja genau in diese richtung da und so ach egal egal wir schaffen das wir können das schaffen ich glaube ich kaufe ich mir aus prinzip weil ich mehr waffen brauche einfach ok kostet eh nicht so viel munition und alles alles wieder hoch alles wieder rauf damit wir volle munition haben wenn es wieder losgeht ok wir haben flammenwerfer schön dass wir zeit haben da noch zu feiern während drag da hinten gerade wortwörtlich einfach den ganzen planeten in die luft jagd warte ich mal schnell auswahl dich kann ich jetzt ersetzen mit der und ich habe nicht unbedingt viel mehr gell dich brauche ich dich brauche ich du bringst gerade nicht viel vielleicht ist es besser sogar dich hier zu haben ok ich versuche hier nur gerade irgendwie zu überlegen wie machen und so ok hier rüber zeig ich möchte noch nicht sterben bevor der kampf beginnt das ist ja minimal blöd glaube ich ok einfach dranbleiben dranbleiben und einfach das machen was ich immer mache random auf gegner aufballern in der hoffnung dass ich das irgendwie die galaxie retten könnte ok passt super wir wissen dass diese plattform jetzt nicht kaputt werden also sie werden jetzt gerade kaputt wie man hier gerade im video gesehen hat aber vielleicht finden wir jetzt schon irgendwo irgendwie muni nein tun wir nicht ok 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 ich verstehe nein 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 ich verstehe ich verstehe ich verstehe ich verstehe du hast gedacht das wäre ganz lustig wenn man wenn man den alten Enki hier mal sich nicht festhalten lässt ja das ist vollkommen vollkommen verständlich ok 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 Ähm, zack und zack. Was machst du? Wechselwaffe. Okay. Knallen, knall, 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 knall. Einfach ihn verfolgen. Au. Dumm von mir. Aus irgendeinem Grund macht er keinen Doppelsprung, wenn man schießt. Okay, die Raketen sind leichter auszuweichen. Sollte ich nicht sagen, sonst hätte ich getroffen. Aber egal. Ja, 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 ja. Hab verstanden, du zerstörst alles. Ganz, ganz toll. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Nicht ablenken lassen. Nicht ablenken lassen. Wir benutzen jetzt immer den einfachsten Weg weiter, weil ich anscheinend zu doof bin, irgendwie den normalen Weg rüber zu machen einfach, oder zu nehmen. Ich denke, ja, das wäre lustig. Geradeaus, genau, genau, dieses Loch runterspringen. Ja, das wäre ja das, das wäre jetzt Highlight. Das wäre jetzt super. Okay, egal. Egal, egal. Zack. Hier weiter. Nächste Plattform. Nächste Plattform. Hier nehmen wir dich da. Schlechte Idee. Schlechte Idee. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ähm. Beten, dass das irgendetwas bringt? Ja und wie? Nein, oder auch nicht, weil es sofort zerstört hat, denke ich mal. Dich einsammeln, einsammeln, alles einsammeln, was ich einsammeln kann. Okay, zack, zack. Nicht gehüpft. Hier ist das Leben. Okay, das Leben. Weiter, weiter, weiter. Einfach ballern, einfach ballern, einfach ballern. Hier dürfen wir, wenn ich mich recht im Sinne recht viel Munition bekommen. Ah, der macht's eh kaputt. Yes. Okay, weiter geht's, weiter geht's. Zack. Nächste Plattform kaputt. Aber hier dürfte jetzt Munition sein. Fragezeige. Okay, hier ist anscheinend doch keine Munition. Wo ist die ganze Munition hin? Das letzte Mal war's hier voll Munition. Ich brauch diese Munition. Ich hab nur noch 24 Schuss mit der Waffe. Und ich glaub null. Ja, null mit der da. Muss ich ihn jetzt ernster verfolgen mit den fucking Pyro-Zeugs? Ah, na gut. Ich mach, was notwendig ist, um diese Galaxie zu retten. Mach ich, was notwendig ist. Mami. Hier ist noch ein Leben. Dreck, du bist böse. Schlechte Idee. Schlechte Idee. Sehr, sehr schlechte Idee. Habe ich nicht springen sollen. Ich kann robbern. Das hab ich ganz vergessen. Ich hab das jetzt gecheckt. Am Handpost check ich sowas. Ich weiß nicht, wofür es vielleicht nötig, nötig, whatever gewesen wäre, aber... Nein, du kommst her. Ich ignoriere deine Gegende. Komm her. Ja, auf, oben zu bleiben. Und ich sollte aufhören, so viel zu verschwenden. Köderhandschuhe. Ja, das hab ich jetzt gebraucht. Nicht etwas, was Damage macht. Nein. Köderhandschuhe. Okay, gut. Gut. Wir holen uns mal Munition. Wir holen uns die hier. Sau-Kanone. Zack. 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 Okay. Wir schießen weiter mit dem da. Wir haben jetzt gleich auf Haftlight wieder. Wohin schießt du? Ah, toll. Ja, gib mir bitte für diese Waffen Munition und nicht welche, die... Was bringt? Ich bin jedes Mal bereit, wieder zurück in die Mitte zu rennen, weil ich nicht die Zeit verlieren will. Ich hab keinen Bock, dass er jetzt den Planeten zerstört. Also irgendeinen Grund, ich weiß nicht so. Momentan halt, dass mir irgendwie... Keine Ahnung. Lust hab ich jetzt nicht wirklich am Maximum, dass er meine Heimat zerstört. Keine Ahnung, why? Bleib fucking stehen! Alter, du Sohn eines Roboter. Warte, ist es in dem Universum wirklich? Beleidigung? Sohn eines Roboter? Aber jetzt gibt's so ein Rassismus zwischen halt Roboter und anderen und halt Lebewesen? Kann ich mir so eine Romanze... Kann ich jetzt eine Romanze schreiben drüber? Über... Darüber, wie ein Roboter und ein Lebewesen jetzt in diesem Universum hier Liebe finden, wo es keine gibt und dann die Menschheit... Äh, Menschheit... Äh, das ganze Universum einfach verändern damit. Okay. Mitte, Mitte, Mitte. Fuck! Ich hab vergessen, dass er das macht. Ich hab vergessen, dass er das macht. Ich hab vergessen, dass er das macht. Ja! Gut. Ah, toll. Nimm, 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 nimm. Nimm! Friss! Friss! Deinem Blei! Toll, eine Rakete. Wann hab ich eine Rakete bekommen? Wieso bekomm ich eine Rakete? Komm her! Komm her! Oh, fuck. Hab ich grad... Hilfe! Ich steck fest! Alter! Hilfe! Ich bin jetzt grad ernsthaft drei Schüsse lang stecken geblieben. Wie gemein! Okay, hat aufgehört. Hat aufgehört. Hat aufgehört. Er geht Richtung Mitte. Der bleibt immer im perfekten Abstand, damit ich nicht Damage damit machen kann. Ich hasse dich grad so sehr dafür, dass ich dir halbe Zeit nicht ausweichen kann. Go, go, go. Er ist schon am Schalter. Nein, nein, nein. Schlecht. Wahrscheinlich ist das das letzte Mal. Okay. Jetzt fliegen die ganze Zeit diese Dinger herum, die mir auch damage machen können. Wahrscheinlich. Nehme ich an. Wir haben logische Schlussfolgerung und so. Egal. Egal. Wir ignorieren die vollkommen. Wohin fliegst du. Fuck. Fuck. Spring. Okay. Okay. Ich weiche einfach die ganze Zeit aus, bis er aufhört zu schießen. Das ist die Strategie. Beten. Mit anderen Worten ist es beten. Fuck. Schieß, 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 schieß. Gut, 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 gut. Wir haben ihn gleich. Wir haben nicht mehr viel Leben. Er aber auch nicht. Ja. Ja. Wow. Was ist? Weißt du was? Diesmal denke ich, was du denkst. Weißt du, wir dürfen jetzt seinen Planeten? Er stimmt. Da oben war die ganze... Ist mir das nicht aufgefallen. Über uns war die ganze Zeit sein Planet. Und ich glaube, das sieht man auch die verschiedenen... Wenn man genau schaut halt und hin und wieder in die verschiedenen Szenen, wahrscheinlich sieht man so verschiedene Teile vom Planeten. Wahrscheinlich Pokitaro. Das ist von Kervan oder whatever. Und das ist das da. Okay. Also. Ist das das letzte, was wir jetzt tun werden in diesem Let's Play? Auf diesen Schalter heraufdrücken. Ist ja gleich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Ist so viel, wie ich hatte. Ich mache das jetzt. Danach werde ich wahrscheinlich noch weiter mit euch reden. Aber egal. Weiter geht's. Ich. Weniger reden. Mehr Explosion. Das kann nicht gut sein. Puh, das war knapp. Klank, du kannst uns jetzt wieder hochziehen. Die Servos in meinem Arm scheinen kaputt zu sein. Kaputt? So wie Sturz in den Tod kaputt? Äh, ja. Das war knapp. Danke. Mein Arm scheint sehr schwer beschädigt zu sein. Ach, das wird schon. Hey, Blechdose! Wo willst du denn hingehen? Wir, äh, müssen doch noch den Arm reparieren. Happy End! Erfunden und entwickelt von Insomniac Garmes. Keine Ahnung, was das heißen soll. Mit Brehen Allgaier. Und so weiter. Hübsch, hübsch, hübsch. Können wir irgendwie überspringen oder so? Was? Haben Sie ein Problem mit Körperbehaarung? Bringt Sie schmerzhaftes Jucken im Intimbereich in peinliche Situationen? Oder stinken Sie ganz einfach? Dann brauchen Sie das! Den persönlichen Hygienator von Gadgetron! Hi, ich bin Steve. Mech. Und dieses kleine Ding kümmert sich um alle Reinigungen, die Ihnen selbst ganz einfach zu lästig sind. Und ich werde es Ihnen jetzt vorführen. Ja. Schalt aus! Schalt aus! Schön! Glückwunsch! Nachdem der Vorsitzende Jack nicht mehr hier kauft, bist du unser bester Kunde. Wir haben neue Gegenstände für dich. Das ist traurig. Schau doch mal ins Bonusmenü auf dem Pausebildschirm. Okay, also wir haben 80, äh 80, genau. 18 von 40 Gold Bowls, also nicht mal die Hälfte. Wir haben gar keine Goldwaffe, weil wir ja dafür das Spiel nochmal ausspielen müssten. Jetzt sei mal ruhig! Pssch! Pssch! Und 4 von 30 Stilpunkten. 4 von 30! Alter! Ich hab so standen, ich hoffe, das ist wiederholen. Wir können zwei Sprung vor den Sieg machen, oder ein, äh, Zeugs aktuelle Waffen und Bolzen für ein neues Spiel beginnen und so weiter. Halt die Klappe! Aber von mir war es mal genug. Wenn ihr mehr wollt, ähm, gebt 3 Likes. Für 3 Likes könnte ich vielleicht noch ein wenig da durch, ein bisschen durchzeigen und so weiter. Und wenn nicht, dann, äh, ja, dann war es das mal für mich, von mir, von diesem Let's Play. Als nächstes steht an meiner Liste, an meiner Liste, ne? Ratchet & Clunkian 2. Wer hätte es gedacht? Kann auch sein, dass zwischen diesem Let's Play und dem nächsten, also am Beginn des Nächsten, eine Pause liegt, weil ich, äh, ein Schwachkopf bin und nicht Zeit habe aufzunehmen oder so weiter. Aber das ist ja egal. Ich sag Bescheid. Ja, ich weiß. Ciao, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich schalte dich gleich aus. Ruhig. Wo ist der Powerknopf von dem Scheiß? Ah, hier. Ich schalte dich gleich aus.